Hallo und herzlich willkommen zurück in der Hölle bei Battlefield 4 mit eurem kleinen Kumpel, der hier so ein bisschen leicht vor sich hin fehlt. Ja genau so haben wir die letzten zwei Ports auch angefangen. Genauso mit der schönen RPG in der Fresse. Eigentlich müssen wir nicht noch mal alles machen, werde ich jetzt aber geholt und hier pass mal eine schöne Komme her. So. Komm jetzt, sag schneller nach. Boing. Nö, nö, nö. Nix da. Jetzt nicht das dringende Bedürfnis irgendwas hier in der Fresse zu kriegen von euch. So. Der war weg. Wo ist denn hier los? Die sind sofort von hier drinnen angehittet. Nein, so. Puh, den kann man noch nicht mal messern, den Hund. Das ist eine Kreuzau. Eine bodenlose Frechheit eigentlich muss ich sagen. Aber was soll man machen können. Wir kennen mal, sich denen seine Waffe mitnehmen. Wunderschöooyываем. Ja, da kommen wir auch mal wieder rumsprühen hier. Ja, hier ist keiner. Na Na Squadkill, so schön Wollen rein mit dem Geschenk Gibt's heute mal umsonst Ja, wo sei denn hier Hallo So, irgendwo müsste es glaube ich Hier ein Dings sein Ein Gegenstand, theoretisch Oh So, wir haben eine neue Waffe Oh, wir probieren mal die, wie die ist Vielleicht ist die ja ein bisschen Interessanter Können wir nicht vorher wieder gekillt werden Boah, Alter Ein Königreich fürs Gegnersehen Ach, da drüben, oder was Das ist jetzt so pflücken, das ganze Haus Und ich seh nix Rein, nothing Na, komm her So, den hat man weg Aber ich würde sagen, dann laufen wir einfach mal weiter Weil das wird ja jetzt so nix Nix halbes und nicht ganzes Weil, oh, noch mal hoch So, was haben wir denn hier feines Und, komm her Ja, komm, bleib nach, schneller Und, oh, hallo Komm, Feuer Das war wieder richtig schlecht Das war wieder richtig schlecht Aber wir haben schneller, ich überlebe es nicht so lange Das will mich freuen, oder, das Ding Ja, es gibt Feuer Endlich Man, oh, meine, meine Vier Schüsse Ich weiß nicht, meins hat nicht so lange gehalten So, jetzt können wir auch mal schön mit der RBG Bisschen draufrotzen Auf die Güten Das ist eigentlich eine bodenlose Frechheit, muss ich sagen Wenn, dann mache ich das mit den Leuten Und nicht die mit mir Ich könnte so kurz Dann muss ich die ganze Shit nochmal machen Ja, ja, ja Ihr guckt bald nicht mal mit zu, wenn das so weitergeht Denke ich mal Das ist Zahnschmerzen hoch 3 Was können wir hier wieder anfangen? Nein Warum? So So, probieren wir, ob wir die Waffen noch haben Ja, die Waffe haben wir noch Aber wir bleiben trotzdem bei der Platsch Na ja, und wir könnten mal Wollt man die andere Waffe genommen Das war eine LMG Warst du das? Ne Oh, ich weiß, was das unten Das war das noch PKP Ja, die hatten wir zuletzt Tatsch Und Ja, die war das So, dann lassen wir die einfach mal hier oben Machen Und Machen jetzt mal das ganze Ampers Oh, zappt doch ab Weg war auch der Erste So Wir killen einfach jetzt mal ganz gemütlich Einen nach dem anderen hier oben Guck, guck Hallöchen Ah Okay, ja, es gibt nichts Ich habe da vorhin das Ding noch nicht gefunden Also Entweder hängt es oben oder unten Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht So Und diesmal nehmen wir dieses Teil da vorne So Mal als kleiner Einheitspunkt Liebe Leute So, was haben wir hier? Ein Scharfschützengewehr Ja Hacker Komm ich glaube So, weg Horror Alter So, weg Ja, ja Es ist schön, dass es an uns liegt Achso, hier Panzerparty Jetzt kommt Feuer, 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 Feuer Feuer, Feuer Anderoll Alter Oh Oh Lauber drüber Mann, oh, mein, oh, mein, oh, mein Ey, wo ist das ganze Geschütze her? Das kann ja wohl nicht Spaß sein So Auf den Panzer Will ich jetzt rollen, oder? Was war denn das jetzt, bitteschön? Das gibt's nicht Wie lange lebt denn das Teil? Ey, das ist Richtig pervers Muss ich sagen Also das ist Richtig pervers Ja, ist ja okay Schon so verstanden Komm her Komm Abut Klasse Danke fürs Gespräch Aber echt danke Hartzell Schön Macht richtig Laune mit euch zu zocken hier Okay Dann halt Plan Irgendwas Dann Nun Muss man Da Ich weiß noch nicht was Aber irgendwas ist da 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 Dann Dann Ich weiß noch nicht Ich treffe Nee Boah, Alter, was ist das? Lepp's unten hier Lepp's unten Es ist das Nee Los auch mit dir Stopp Endlich Okay So, wir müssen jetzt erstmal diese komische kleine Treckskiste finden hier Wenn er hier Das mal nachladen können Und dann nehmen wir hier Airbrust Konradwerfer Hatte ich ein Thema So Er ist wieder hoch aufs Dach Und will krach gemacht Oh, da hat ein schön nettes Loch reingeschossen Ist aber nett Oh, hallo Panzerfaust Panzerfaust Das Ding will mich rollen heute, oder? Das Ding will mich wirklich rollen heute Ich geh kaputt hier Ich hasse es Boah Okay Wir kriegen hier keine Panzerfaust Munition Also nehmen wir hier mit C4 So Das heißt, wir machen jetzt Akahara Kiri dorthin rennen Na ja, hier bin ich Hier bin ich Und rein, 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 rein Und Endlich Ist das Nein, 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 nein Ich muss auch weg Das ist nicht mein Gah Dann, 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 dann Noch mal die ganzen Rotz machen Panzerfaust drauf geschossen Bringt nicht sehr viel Man, das kann es doch nicht sein So Halt, halt, halt Wir nehmen erst mal Ja, warum komme ich eigentlich nicht leise rüber Aber das ist wieder ein anderes Thema Das muss ich nicht machen Ska, ja, die Ball Und kommen wir gleich rüber Gut, dann wollen wir mal Wir schleichen uns einfach mal Summieren ich ziemlich den Niveau Ja, dann weg war er Okay Und wir nehmen die Waffe mit Uh, die sieht gut aus Und auf allen Dingen hat die mehr Schuss So, dann rüsten wir die Waffe aus Ach, fuck War natürlich klar, dass das wieder passieren musste Oh, das ist gar nicht anzufangen Ja, halt Man, oh, man, oh, man, oh, man, man, oh, man, 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 man gegriffen also das ist dieser drecks panzer wieder so dann immer mal erstmal die gut hier aus der betrieb so normal das mal ganz anders ist schon immer die bank erste panzer faust ja noch mal die könnten drüben loswerden das ist ja richtig pervers na wo seid ihr jetzt das schöne ist ich sehe ja keinen einzigen noch aber ich war ja ordentlich beschossen von allen seiten na wo ist denn hier was das ist so genial leute 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 wohin denn bewegen ich werde ja von leuten getroffen die gibt es noch nicht mal ich will doch bloß die drecks panzer faust haben ja die weg haben na los komm ich glaube von wem werde ich denn hier von der seite angehittet das kann es doch nicht sein alles um aufstehen jetzt mann oh mann oh mann oh mann das gibt es nicht mann oh mann oh mann oh mann so deckung gehen und gleich wieder her wo was hält denn diese scheiß ding aus der panzer muss ich sagen hält aber ja ganz schönes stück aus endlich so jetzt müssen wir bloß noch hier diese scharfschützen können loswerden wo auch immer die sind da hinten ich werde von irgendwo wieder beschossen das ist ja eins des kino stück du hund also irgendwann habe ich mal die kunstige karte mit deutsch folie also seid ja richtig nervige werse leute und wo wäre ich denn hier wird angehittet da drüben sind sie weg und weg nicht getroffen aber derzeit stirb boah alter falter das ist wieder eine geburt extra klasse hier mann 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 also ich muss sagen ja gehen wir los mal sehen ob greenland uns reinlässt oh nein nicht noch einer so nein ich komme nicht ich erscheine boah alter falter das war eine richtig arschmäßig schwere geburt aber so richtig also schwer ging es fast gar nicht mehr so schwer wie die geburt war also das ist jeder zwilling wahrscheinlich das ist schon wieder gemeint was was willst du von mir ich bin froh dass ich hier irgendwo bin keine ahnung wo ich hier bin aber ich bin irgendwo solange hier kein panzer jetzt wieder kommt ach hier ist ja dieses was ist dieses misting hin ich habe gerade irgendeine dreck schrauber kommen so da liegt einer von diesen limmeltüten haben wir die saika schon nein haben wir noch nicht gut dann gucken wir mal wie gut die ist ne ich rot finde da kannst du knicken kannst du behalten das scheiß ding oder leiche gut danke fürs gespräch komm lass los lass mich raus so dann wollen wir mal hinüber gehen ich glaube das war wirklich einer der schwersten geboten heute hier also so oft bin ich ja noch gar nicht verreckt bis jetzt hier ah da sind unsere jungs ja blieb mir ja nichts anderes übrig okay ah da geht es rein okay gut wir haben es schon mal reingeschafft das ist ja schon mal ein was positiv ist und ja was uns dann hier wurde das dann im nächsten part mit eurem kleinen kumpel bis dahin und lasst es euch gut gehen bis zum nächsten part mit 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 bis zum nächsten part mit